Als wir die Türen geöffnet haben für das Student Project House im Zentrum, hatte es ganz viele leuchtende Augen und die Studierenden waren super begeistert, als sie das Haus gesehen haben. Das Student Project House ist ein Ort, wo Studierende ihre eigenen Ideen verwirklichen können. Sie sind intrinsisch motiviert, bei uns gibt es keine Kreditpunkte. Das heisst, sie kommen hierher, weil sie wirklich ihre Ideen verwirklichen möchten und sie lernen auch noch dabei ganz viel für das Leben. Die Studierenden lernen viel beim Ausprobieren. Wichtig ist, dass man außerkurrikuläre Möglichkeiten anbietet. Beim Student Project House gibt es einen fantastischen Ort, wo man selber gehen kann und man sagt ein bisschen auf Englisch think, make and break, show and connect. Dies sind wichtige Teile in diesem kreativen System, wo man versucht, von Ideen zu Prototypen zu kommen. Es ist ein sehr lebendiger, inspirierender Ort mit ganz vielen Pflanzen im Hintergrund, ganz viele selber gebauten Möbel, ganz tolle Maschinen, 3D-Drucker, Laser Cutter und natürlich sehr viele inspirierende Projekte. Das geht von Technologien wie Blockchain, IoT und AI bis zu Food-Projekten oder eben auch Social Impact-Projekten. Das ist ganz divers. Wir unterstützen im Moment 96 Projekte. Es ist eine super tolle Möglichkeit, schon während dem Studium eine eigene Idee zu verwirklichen. Und ETH bietet da eine tolle Infrastruktur. Man bekommt eben Unterstützung über, sowohl Coaching und Workshops. Das heisst, wenn man mal ein bisschen weniger motiviert ist oder eine Failure erlebt hat, dann sind wir da zum Unterstützen. Und es ist eine sehr tolle Möglichkeit, das schon während dem Studium zu machen. Ich glaube, hier ist eine Chance für die Studierenden, in einem geschützten Ort verschiedene Dinge auszuprobieren. Man lernt viel davon.